Neben dem FC Bayern München hat unter die Sven schon Arsenal, der die das sei nicht je Anteilnahme bekundet. München, Florian Wirtz steht quasi unter jedem europäischen Top-Team auf der Liste. Der Offensivmann von Bayer Leverkusen begeistert gleichmäßig sie Fußballwelt. Florian Wirtz ist ein heiß begehrtes Talent auf dem Transfermarkt. Vor allem der FC Bayern München buhlt tiefgehend aufgrund dessen den 21-Jährigen, doch wenn schon Real Madrid und Manchester werden stets den Interessenten genannt. Von Leibesübungen Bild-Chefreporter Christian Falk soll unter die Sven schon Arsenal in den Poker einsteigen. Arsenal streckt sie Tentakel hinter Wirtz aus. Die Gunners haben den Spielmacher demnach denn doch tief auf dem Zettel. Diese hätten ihn denn doch in seiner Uhrzeit bei dem 1. FC Köln beobachtet. Das Anteilnahme sei sogar konkret. Dennoch platzieren sich zwei zentrale Fragen, kann der Klub aus London mitmischen, so wie es aufgrund dessen einen Deal geht, der sie 100 Millionen Euro Bon einbrechen wird? Und ist Arsenal von der Anziehungskraft tatsächlich der Verein, der der nächste Hosenschritt für Wirtz dient? Es ist folgerichtig, dass der aktuelle Tabellenvierte der Premier League der die das Seinige Tentakel ausstreckt hinter dem Offensivmann. Wenn ein Handelnder in 113 Bundesliga-Partien 29 Preis erzielt und 35 vorbereitet, zu dieser Gelegenheit ist alleine denn doch sie Statistik ein Beleggrund für hohe Qualität. Sein Champions League Erstling verlief spektakulär mit einem sehenswerten Doppelpackung unter Feier Nordrotterdam, 4 zu 0. Doch möglicherweise ist Wirtz dann doch ein Regal höher anzusiedeln. Wirtz hat sich freilich dafür grundlegend, Bayer 2025 zu verlassen nicht entbehrlich hier ist, dass Wirtz sich freilich dafür grundlegend haben soll, Bayer hinter dieser Saison zu verlassen. Er ist zu dieser Gelegenheit freilich trotz eines so lange bis 2027 laufenden Vertrags nicht viel mehr zu fixieren für sie Werkself. Aktuell befindet sich Wirtz noch sorgfältig an dem richtigen Standort, der die das Seinige herausragender Saisonstart in Bundesliga, vier Tore und ein Assist, und Königsklasse spricht eine deutliche Sprache. Verständnis Untertitelung des ZDF, 2020